. . . . Die erste Seite steht, Organe Student School. Das heißt, Jugend von Organe, wir sind aus Organe. Und da steht die Flak von Orgallem, also die obere Flak ist Orgallem aus Orgallem und die andere, die Flak ist von Deutschland. Es gibt so zwei Barrieren, also die erste Seite steht, wo liegt Orgallem. Also Orgallem liegt zwischen Somalia und Äthiopien. Also so ein bisschen Geschichte so, dass Orgallem früher war in Somalia und ab 1910 war in Orgallem. Also hier sind jetzt offiziell Unterkommunen. Und hier sind die Kollegen, deswegen habe ich die Kollegen. Und die andere Seite steht dann Verhunger, das ist die Huggasnot, was weiß ich, Orgallem und die ganze Türkei. Ich habe nicht so viel, aber nur kurz. Und die andere Seite steht, die andere Befinde, die Befindung, die so eine Behandlung, das heißt Orgallem. Orgallem Befindung, die schien wir uns, so von ganzem, ganzem Leben. Das ist echt richtig schade. Und dann durch die andere Seite keine internationale Bürger, also in der Lage gibt es niemand auch da. Ihr, die dürfen nicht erheben, in der Lage. Vielen Dank. Vielen Dank.